Herzlich Willkommen im OBI Markt Thun. Mein Name ist Stefan Wetter und ich bin der zuständige Marktleiter. Ich freue mich, Ihnen unser Sortiment im Panorama Center vorzustellen. Hier im wunderschönen Thun, dem bekannten Torz und Berner Oberland, sind dort ein umfangreiches Heimwerkersortiment von OBI. Dazu zählen unter anderem hochwertige Baustoffe, zuverlässige Werkzeuge sowie eine grosse Auswahl attraktiver Wohnaccessoires für den Wohn- und Außenbereich. Für den Einkauf stehen unsere freundlichen und fachkundigen Mitarbeiter beratend zur Seite und packen auch gerne mit an, wenn eine helfende Hand benötigt wird. Machen Sie das erstklassige Produktsortiment. Das bewährt faire Preis-Leistungs-Verhältnisse und das ganzheitliche Serviceangebot im OBI Markt Thun zu nutzen und kommen Sie uns besuchen. Mein Team und ich freuen uns auf Euch und gemeinsam spannende Heimwerker-Projekte können Datum setzen. und ich freue mich.